Oups Weißt du was? Ich will ein eigenes Label gründen. Like, Mode Label. Ich werde alles selbst designen und es ist alles vegan, organic und animal print. Animal print. Und das ist, wer soll das alles machen? Ist das alles self made? Ja, es ist self made. Und dann habe ich mal kurz erklärt, was self made eigentlich ist. Hast du dir schonmal das Wort self made angesehen? Ich habe dich noch nie irgendetwas machen sehen. Das sagt der Richtige. Du mit deiner Skinny Buletten Idee. Wir reden jetzt nicht über Skinny Bulette. Falls ihr übrigens einen Tipp braucht wegen Buletten. Ich sage mal die Geheimzutat. Aber das können wir später noch. Kapern. Aber ich will nicht so viel verraten. Aber Kapern. Ja? 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 Ja?